Unterstützt durch Oculus Rift Wenn ihr die Virtual Reality auch mal ausprobieren wollt, beziehungsweise die Oculus Rift oder die Spiele, einfach unten in der Infobox mal auf den Link klicken, könnt ihr euch mal gerne anschauen Was geht ab, Bro? Ich geh auf Start, oder? Echt? Wollt ihr Disc Golf spielen? Ja, zum Einspielen, oder? Zum Einspiel mit dem Disc Golf, komm, dann drehen sie mich mal um Shit, Gems Ich bin... Ja? Ja? Oh ja Was? Oh du Schatzvogel, das war nicht... Wie? Guck, schau in den Baum rein Geht das auf Zeit, achso? Nee, das ist auf Schuhe Achso Wo bist du denn? Bis dahinten Du, das war nicht schlecht Ich bin der Beste Neh mal zwei Schritte nach links Nach links? Ja So? Ja, alles gut Ah! Nein! Du musst jetzt treffen, oder? Es drinnt! Ich kann nicht werden Du stehst am Weg Du stehst am Weg Wuuu Ey, ist ja voll unfair Okay, geht doch gut Du kannst dich einfach vor mich stellen Tschüss Wie viel Ich leg das nur drauf Wo? Es wird nur... Hole in one Alter Alter Hallo Hallo Oh, wenn der reingeht Oh mein Gott Geht es weiter? Ja Es wird Zeit Woah, guck mal die Die macht gar nichts mehr Die hier hinter der Kasse Du machst auch gar nichts mehr Okay, komm Äh, erstmal... Tschüss Einschießen Ja, das wird mega genau, lol Echt? Bitte? Ah, du Loser Tja, was machst du jetzt? Also Start Ups Wir starten jetzt Wir kriegen dich Wir müssen erst verstecken Einschießen nach links So, Max Viel Spaß bei der Vernichtung Musiker Hier kommen noch andere rein, gell? Mhm Wo ist hier die Flagge? Ja? Ich hab'n Schild Ah! Ich hab'n Schild! Was? Das wäre der Play gewesen Wie... wie in Fortnite ist er Oh yes Ja Ey, das ist so schwer Ey, mein Teammate, der macht Alleingang Das ist Robin Hood einfach Robin Hood, Bro, was geht ab? Wie siehst du aus? Das ist schwarze Maske Ich hab fast keine Munition mehr, wo können wir Munition her? Hallo Was ist das denn hier? Ey, ist alles dunkel Wir müssen kämpfen mit Fäusten Früher Oh, ich nehme den Bauarbeiterhelm Das gehört einem anderen Spieler Deins ist, glaube ich, da links Ich war da, glaube ich, gerade an deinem Tisch Wo? Wo? Wo denn? Ich sehe dich nicht Da? Wie willst du denn schießen? Ey, das ist so gruselig Wir hätten mit Waffen starten sollen Junge, ich habe keine Waffe Kann, äh, äh, ich habe nichts Max Nein, wir brauchen Waffen, aber wie? Ey, die alte Mine geht mir schon richtig auf die Eier Ey, die kommen alle Boa Oh Boa 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 Je Ich gebe ihm richtig Bibel Par đâu Bin tot Ich habe richtig Mike Tyson gemacht Die kommen aus allen Richtungen Guck mal da, aus der Feldspalte Da, wo du euch verteidigen sollst Schieß auf die Explosion, hinter dir Oh, ich kenne mir das Leben Okay, ich habe für den viel zu viel Schüsse gebraucht Wer ist meine Munition? Hey, also ich habe deine Rennen mal nicht so hier Rennen verboten Du stehst viel zu offen Hey, guck mal, die krault auf dich Krault, krabbelt Das ist es für mich M representa Schuh, dass ich es Ich kann euch ja تعw practiced - Du bist Ich kann euch noch ành so zu naught und zu viel Schrauben Ja, du musst dir einfach neben deinen Gürtel immer machen. Falle aus eines ist mir jetzt auch runtergefallen. Aber ich kann es auch nicht aufheben, es ist echt dumm gemacht von den Spielern, äh, von den Entwicklern. Magst du mal keine... Hinter dir? Du musst nachladen. Nein, ich komme auf diese andere Taste. Du musst auf A drücken und dann direkt an deinen Gürtel immer machen. Okay, danke.